Das Unternehmen Netflix hat sich zu einem Markennamen entwickelt, der mit großen Namen wie Coca-Cola vergleichbar ist. In der heutigen Zeit, in der Streaming-Dienste immer populärer werden, hat Netflix seine Position als führender Anbieter weitergefestigt. Ein Blick auf die Zahlen des vierten Quartals verdeutlicht diesen Erfolg. Netflix meldete einen Umsatz von 8,83 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit 7,85 Milliarden US-Dollar. Noch beeindruckender ist der Anstieg des Nettogewinns auf 937,84 Millionen US-Dollar, verglichen mit 55,28 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Diese Zahlen werden durch das starke Abonnentenwachstum untermauert. Im letzten Quartal kamen 13,1 Millionen neue Abonnenten hinzu, ein Rekordzuwachs für das vierte Quartal, der die Erwartungen von 8,97 Millionen deutlich übertrifft. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Abonnenten auf 260 Millionen. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktien interessiert sind, dann schauen Sie ganz unten in der Videobeschreibung nach. Dort finden Sie den Link zu unserer Aktie des Monats. Ein weiteres interessantes Detail ist die Expansion von Netflix in neue Bereiche, wie die zehnjährige Vereinbarung mit dem Programm RAW, der World Wrestling Entertainment Einheit der TKO Group Holdings. Diese Vereinbarung mit einer Gesamtrechtegebühr von mehr als 5 Milliarden US-Dollar zeigt Netflix-Bemühungen, sein Angebot zu diversifizieren und neue Publikumsegmente anzusprechen. Abschließend lässt sich festhalten, dass ein Großteil der Analysten weiterhin ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Netflix-Aktie sieht. Nach einem signifikanten Kursanstieg und der Erreichung des durchschnittlichen Analystenkursziels von 600 US-Dollar wurde das Ziel kürzlich auf 740 US-Dollar angehoben. Obwohl Netflix nicht mehr als Geheimtipp gilt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36 basierend auf der Gewinnschätzung für dieses Jahr, bleibt das Interesse der Investoren an der Aktie ungebrochen. Also, des ProBMers vertreten zumindest auf das Gleiche Ungebrochen. Vielen Dank.